Hey, frag mich, ob ich ein Baum bin. Warum das? Frag mich einfach, ob ich ein Baum bin. Ähm, okay. Bist du ein Baum? Nein. Top präsentiert. Boah, nee, das ist grad so langweilig, das Game. Das kotzt mich total an jetzt. Was kann ich denn machen nebenbei? Ich glaube, ich hab Bock auf einen Twink. Okay, neuer Charakter stellen und los geht's. Okay, Allianz Horde, natürlich Allianz. Das ist schließlich ein Ali-Server. Gut, mach ich mir einen Mensch? Krieger? Krieger hab ich schon. Nee, ich glaube, ich will einen Hunter spielen. Aber Hunter hat auch jeder. Deswegen alle Goldfarmer haben einen Hunter. Ich mach einen Magier. Ich hab schon einen Magier. Aber soll ich nur mit zwei Magiern? Das ist doch Schwachsinn. Ich spiele einen Warlock. Warlock. Mensch, Warlock. Ein schwarzer Mensch mit roten Haaren. Warlock? Nee, ich will eine andere Rasse. Vorgen. Mein Main ist ein Vorgen. Ein Prozent mehr Crit. Haben coole Fähigkeiten eigentlich. Nö, ich hab keinen Bock. Gnom, definitiv ein Gnom. Das ist die beste Rasse für Warlock. Ja! Okay, na endlich. Auf jeden Fall ein Nachtelf Druide. Ich hatte noch nie einen Dudu und den brauchen wir jetzt mal. Der wird jetzt durchgezockt hier. Oh, das Schwierigste hier. Der Name. Oh Gott. Irgendwas Pflanzliches. Irgendwas mit W. Weed. Weedo. Weedo. Ah, perfekter Name. Obwohl, nee. Den wird Blizzard nie durchgehen lassen. Nimm endlich einen verdammten Namen, damit ich dich in die Gilde einladen kann. Ich will schlafen. Ja, ja, ist ja gut, Mensch. Jetzt macht man nicht so ein Hack-Mack. Okay, Druide, Nachtelf. Nee, da hab ich irgendwie nicht so Bock. Ich will einen Zwerg. Zwerge sind cool. Und jetzt am besten noch, äh, keine Ahnung, Schamane. So. Und dann, äh, noch einen Namen. Auf die Schnelle jetzt. Meine erste Wahl, wie immer. Dalfbart. Super. Let's spawn some noobs. Okay. Mir ist langweilig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.